Laut dem Transfer-Experten Pedro Almeida stehen der Berater von Paris Saint-Germain, Luis Campos und Ronaldos Berater Jorge Mendes im Kontakt zueinander, um über einen möglichen Wechsel von Cristiano Ronaldo nach Paris zu diskutieren. Grund genug, dass wir uns zumindest mal mit diesem Thema befassen und uns natürlich auch die Frage stellen, ob das Ganze überhaupt funktionieren kann. Das Finanzielle können wir denke ich direkt überspringen, das sollte in Paris überhaupt kein Problem sein, das Gehalt nicht und die Ablöse schon gar nicht. Sportlich gesehen ist die französische Liga nicht gerade die reizvollste, aber im Ernst, ich als Bundesliga-Fan sollte da wahrscheinlich ganz still sein. Ohnehin ist für Ronaldo die Champions League das Wichtigste und da hat PSG das klare Ziel, diese zu gewinnen. Ob man das dann am Ende schafft, ist natürlich nochmal eine andere Sache, der Titel an sich lässt sich natürlich nicht planen. Das große Problem, das ich hier sehe, wäre aber eher folgendes. Neymar, Messi, Mbappé und Ronaldo, wie kann das passen? Ich meine, Neymar wollte immer Weltfußballer werden, Mbappé wird's vermeintlich mal und Messi und Ronaldo sind über 10 Jahre lang Rivalen um den Titel gewesen. Ob die beiden sich gegenseitig Tore auflegen würden und füreinander freuen können? Boah, ich kann es mir wirklich nur schwer vorstellen. Also ich glaube schon, dass sie menschlich miteinander klarkommen können, aber sportlich? Da würde mich jetzt mal eure Meinung interessieren. Glaubt ihr, das könnte funktionieren? Naja, wir nehmen jetzt einfach mal an, sie arrangieren sich damit und fänden die Idee selber ganz cool mal zusammen zu spielen. Einfach nur vorstellen, Realität ist jetzt erstmal zweitrangig. In diesem Fall, auch wenn die beiden auf den Herbst ihrer Karriere zugehen, besteht natürlich die Möglichkeit auf die krasseste Offensive, die je in einer Mannschaft zusammengespielt hat. Naja, zumindest wenn man auf die Namen schaut. Und wie das dann am Ende mit der Defensive funktionieren soll, ich denke, darüber lässt sich dann auf Popcorn-Niveau streiten. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ich fände den Gedanken an sich schon sehr interessant. Aber meiner Meinung nach besteht auf jeden Fall Eskalationspotenzial. Der Tag, an dem Ronaldo sein Ego für Messi zurückschraubt. Keine Ahnung, ob der schon erfunden wurde. Aber naja, ich lasse mich auch vom Gegenteil überzeugen. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit über die Rivalität zwischen Messi und Ronaldo geredet. Und da habe ich Mbappé fast vergessen, der ja bei Paris die Nummer 7 trägt. Und das könnte theoretisch auch nochmal ein dickes Problem werden. Denn immerhin verdient der Typ jetzt auch 100 Millionen Euro im Jahr. Und er soll ja der absolute Megastar dieses Teams sein. Und es ist wirklich fraglich, ob sich das Ganze mit der Marke CR7 zusammenfügen lässt. Also ich meine, kann sich einer von euch vorstellen, dass Mbappé sagt, okay, für Ronaldo weiche ich von meiner Rückennummer ab. Oder dass Ronaldo hingeht und sagt, okay, dann klaue ich halt Icardis 9. Oder übernehme die Nummer 11 von Di Maria, CR11, nach dem Motto. Man kann sich vielleicht für Geld die geilsten Spieler kaufen. Aber sind auch die Egos käuflich schwierig? Die einzige Sache, von der ich weiter überzeugt bin, ist folgende. Der Transfermarkt und Ronaldo werden noch eine Menge Spaß miteinander haben. Und zum Ende jetzt nochmal ein allgemeines Update. Angeblich soll Tuchel kein großes Interesse daran haben, Ronaldo zu Chelsea zu holen. Weil er wohl nicht in seine Spielphilosophie passen soll. Bedeutet also, wenn das so stimmt, dass bereits zwei Vereine Ronaldo einfach mal ablehnen. Unfassbar, dass man sowas nochmal erleben darf. Aber wer weiß, ob das alles auch so stimmt. So, jetzt aber erstmal die Frage an euch. Was denkt ihr, wie es mit Ronaldo weitergeht? Könnt ihr ihn euch in Paris vorstellen? Schreibt mir unbedingt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.